Die Marwal, die Paarläufer aus Kanada, die große Zeit eigentlich schon vorüber. Sie waren Zehnte bei Olympischen Spielen und Siebte bei den Weltmeisterschaften 92. Und schauen Sie mal genau hin, Kala Obanski ist inzwischen schon 34 Jahre alt, eine jener Frauen, die es meisterhaft verstehen, den Abschied von der Jugend auf einige Jahrzehnte zu verteilen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es Personal Immer noch wird kalt, immer noch mehr Immer noch mehr elé casa Enh soll es ö忘 nach houen everyone de Untertitelung des ZDF, 2020 Kala Urbanski ist der Motor dieses Paares. Sie hat keine Angst, sie versucht immer wieder was Neues und immer wieder so lange, bis es klappt, wie eben den dreifachen Wurf Axel. Fünf Partner hat sie inzwischen gebraucht oder verbraucht. Er hier, Rocky Marvel, war schon mal das Nummer drei dran. Jetzt ist er die Nummer fünf. Aber unglaublich die Stimmung, die von dieser Kala Urbanski ausgeht.